Hallo zu einer weiteren Folge Werbetriner mehr. Ich bin Ihr persönlicher Moderator Günther Jauch und heute auf dem Stuhl ist der großartige Dave Miller. Wir sind bei 50 Euro. Es geht jetzt sofort richtig los. Zeit für die erste Frage. So Herr Miller, Zeit für die erste Frage. Du kannst mich Dave nennen, Günther. Für Sie, Herr Jauch. Die 50 Euro Frage. Welche erfolgreiche TV Quizshow moderiert Günther Jauch? Sollte man eigentlich wissen. Aber es ist ja noch zum Aufwärmen. Ist es A. Wettet das? Natürlich. B. Chromi Big Brother. Das Jungle Camp. Oder D. Eine ganz tolle Sendung, wenn ich das sagen darf. Wer wird Millionär? Ah, was meinen Sie, Herr Miller? Was kann es sein? Ah, was? Das ist mir einfach zu schwer. Ich habe da auch gar keinen Bezug. Ich weiß auch nicht, wie ich da irgendwie draufkomme. Denken Sie, das ist die 50 Euro Frage. Hier fangen wir langsam an. Hier nähern wir uns langsam der Million. Überlegen Sie, wo Sie sind. Überlegen Sie, wem Sie hier gegenüber sind. Aber ich kenne die doch gar nicht im Zuschauerraum. Nein, Herr Miller, das meinte ich jetzt nicht. Überlegen Sie mal. Sie haben ja notfalls auch Joker. Joker? Warum? Ja, die können Ihnen ja bei den Fragen helfen. Vielleicht möchten Sie jemanden anrufen. Wen soll ich denn anrufen? Es spricht doch keiner mehr mit mir. Ja, haben Sie nicht eine Frau? Ja, die hat jetzt eine Geheimnummer. Äh, einen Freund, einen Bekannten. Einen Bekannten. Günther. Herr Jauch. Sie haben mich auf eine Idee gebracht. Ich möchte doch jemanden anrufen. Gut, dann nehmen wir jetzt den Anrufsjoker. Bitte. Oktakon, was ist denn ich... Nö, nicht der. Ja. Hallo, Sneaky Boy. Dein Namensvetter. Ich habe auch wenig Zeit. Wie gut. Äh, kannst du mir eine kurze Frage beantworten? Welche erfolgreiche TV-Quiz-Show moderiert Günther Jauch? Er moderiert doch fast alles. Äh, das ist glaube ich nicht die Lösung. Hast du noch was anderes? Äh. Der TV? Ist das ein Quiz? Jauch, gibt es auch ein E? Nein, gibt es nicht. Äh, ja. Die Zeit ist auch jetzt abgelaufen. Ja, tschüss Snake. Ja, du mich auch. Ja, damit haben sie den Anrufjoker verbraucht. Der steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Was machen sie denn jetzt? Sie sehen nicht so aus, als... ...wüssten sie wahnsinnig weiter. Nee, Günther. Das weiß ich wirklich nicht. Herr ich auch. Äh, was mache ich denn jetzt? Sie haben ja noch zwei weitere Joker. Sie könnten das Publikum befragen. Ja, aber es ist doch bei RTL ein Publikum. Da kann ich auch mit der Wand reden. Äh, sicher. Aber vielleicht können die ihnen ja doch helfen. Ja, gut. Dann mach hier Publikum. Ja, dann hätte ich jetzt gerne die Statistik. Was sagt das Publikum? Ist wohl richtig. Bitte jetzt. So, ich denke, das Votum ist einstimmig. Wenn Sie mich fragen, ich wüsste jetzt, was ich wählen würde, Herr Miller. Was denken Sie denn? Herr Günther, Herr Dauch. Es ist immer noch ein RTL-Publikum. Habe ich denn noch eine Möglichkeit? Ja, Sie können jetzt noch den 50-50-Joker nehmen. Dann haben wir aber keine Möglichkeit mehr. Dann sollten Sie eine Antwort wissen. Ach, dann nehme ich den doch. Bevor es schlecht wird. Ja, dann löschen wir mal zwei Antworten. So, Herr Miller. Jetzt haben Sie alles verbraucht, was man verbrauchen kann. Es bleiben nur noch zwei Antwortmöglichkeiten übrig. Wer denn das? Oder wer wird Millionär? Was glauben Sie? Welche erfolgreiche TV-Quiz-Show moderiert? Günther Jauch. Ich könnte sagen, er sitzt Ihnen gegenüber. Herr Miller. Den Tipp kann ich Ihnen geben. Sie sind auch in der Sendung. Ach, ich bin bei Wetten, das? Super, wo ist denn der Lanz? Ja, Herr Miller. Großartig. Sie möchten wahrscheinlich damit dann tatsächlich wetten, dass... Wählen. Antwort A. 50-Euro-Frage. Ja, dann machen wir das doch. Wenn Sie mir schon so einen Hinweis geben, dann nehme ich das auch. Das ist okay. Lade ich Sie gleich noch drauf ein. Ist doch kein Thema. Herr Miller. Kurze Frage? Rückfrage? Sie nehmen Antwort A. Wetten das? Ja, mach ich. Mach ich. Man lebt doch noch einmal. Gut, dann machen wir das. Damit haben Sie leider verloren und gehen mit 0 Euro nach Hause. Gemein lassen Sie schnell jemand anders auf den Stuhl. Das hat auch Vorteile, Herr Miller. Ja, wie, 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 wie jetzt kein Sieg hier? Warum? Das hat man mir doch ganz anders versprochen. Hören Sie mal, ich bin eine erfolgreiche Adventure-Figur. Ich weiß das, wenn man mich anfängt zu betrügen. Ich rieche das. Ja, Herr Miller. Schön für Sie. Gehen Sie jetzt mal vom Stuhl runter und mir aus der Sonne und machen wir weiter in der Sendung. Das hat ein Nachspiel. Das ist... Ich gehe jetzt zum Glücksrad. Äh, wenn Sie sehen, was Sie davon haben. Das ist doch schon abgesetzt. Aber egal. Und am Sonntag geht es auch gleich schon los, das Gangshow-Special. Das ganze Leben ist ein Quiz. Mit dem großartigen MS-Standard und mir, euer Mr. Venom1974. Und denkt dran, wenn ihr es nicht guckt, könnt ihr es nicht sehen. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.